Heute besprechen wir die Jobdetails zum kommenden USPS NFT Briefmarken Drop. Außerdem schauen wir uns die Jobdetails zum kommenden Mickey Mouse Poster Drop an. Außerdem ist Payout wieder zurück. Diese Frage klären wir auf jeden Fall jetzt in diesem Video und auch noch sehr viel mehr. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen auf jeden Fall wissen solltest. Und ich komme tatsächlich gerade aus dem Stream und zwar nämlich dem ersten Collector Talk. Ich kann ihn dir auf jeden Fall nur ans Herz legen, wenn dich auf jeden Fall das Thema sammeln und auch das Thema Grading von Comics interessiert. Dort haben wir auf jeden Fall einige Aspekte davon auch besprochen. Das heißt, wenn es dich interessiert, Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich aber sagen, let's go up ins Video. Ich würde sagen, als allererstes schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Drop an und der wird nämlich am 21. Januar, also am Samstag um 17 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und das ist nämlich an dieser Stelle hier die nächste Series von der USPS. Und zwar nämlich die Briefmarken Series von den Hasen bzw. dem Jahr des Hasens. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an. Das Ganze wird natürlich im Blindbox Format wie immer sein. Insgesamt gibt es nur zwei Editions und zwar nämlich einmal die Ankammen an dieser Stelle. Das ist einmal die Ankammen und wir werden dann dazu natürlich einen Listpreis von 6 Gems bekommen und eine Editionzahl von nur 8888 Stück. Außerdem wird das natürlich wie immer eine First Edition sein. Anschließend haben wir dann auf jeden Fall hier die Secret Rear auf jeden Fall mit dabei und das wird ziemlich interessant. Denn hier haben wir natürlich auch einen Listpreis von 6 Gems, aber nur eine Editionzahl von 888 Stück. Natürlich eine First Edition, aber das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Gamble an dieser Stelle. Denn ja, hier hat man im Prinzip die Chance eine Secret Rear zu bekommen oder halt einfach nur eine Ankammen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung. Nimmst du den ganzen Drop mit oder lässt du den ganzen Drop aus? Für den MCP könnte das auf jeden Fall an dieser Stelle auch ein sehr interessantes Set werden. Anschließend schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Mickey Mouse Poster Drop an und der wird nämlich am Sonntag um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und hier sehen wir nämlich Minnie Mouse als Series bzw. als Poster Series. Und hier sehen wir das Ganze natürlich im Blindbox Format wie immer. Außerdem, das bekommen wir auf jeden Fall als erstes hier nämlich eine Kamen. Die Editionzahl wird hier an dieser Stelle 1543 Editions betragen und nur einen Listenpreis von 30 Gems pro Poster. Was meiner Meinung nach eigentlich ziemlich okay ist, denn die Poster sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ist natürlich an dieser Stelle Ansichtssache, aber ich persönlich finde die tatsächlich gar nicht mal allzu schlecht. Ansonsten ist das Ganze eine First Edition natürlich an dieser Stelle. Anschließend haben wir dann hier einmal eine Ankammen. Das ist tatsächlich auch kein schlechtes Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als Mickey Mouse Fan ist das auf jeden Fall etwas, was man mal mitnehmen kann für 30 Gems. Nichtsdestotrotz denke ich auf jeden Fall, dass es aber unter Droppreis fallen könnte. Muss ich ganz klar an dieser Stelle betonen, obwohl es die Editionzahl an dieser Stelle eventuell aber auch rennen könnte. Die Ankammen hat an dieser Stelle nämlich nur 1243 Editions. Ist natürlich auch eine First Edition. Anschließend haben wir dann die Rare. Die sieht auch gar nicht schlecht aus. Hat an dieser Stelle aber nur 943 Editions. Da werden natürlich aber pro Collectable nochmal Editions abgezogen, die sich Vivi bzw. Disney selber einbehält. Das Ganze ist natürlich auch wie gesagt eine First Edition. Anschließend haben wir dann natürlich die Ultra Rare mit dabei. Das Ganze wird nur 743 Editions haben, was wirklich extrem wenig ist. Und als letztes haben wir dann auf jeden Fall noch natürlich die Secret Rare. Und die wird nur insgesamt 343 Editions haben. Das ist wirklich, wirklich super wenig. Und das könnte tatsächlich wirklich ein Collectable werden. So ein Poster werden, was bis zu 300 Gems wert sein könnte nach dem Drop. Du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne deine Meinung zu dem ganzen Drop in die Kommentare schreiben. Nimmst du den ganzen Drop mit oder lässt du ihn aus? Anschließend haben wir auf jeden Fall die große Frage, ist Payout wieder back? Und ja, Payout ist wieder back. Und zwar hat das Ganze nämlich Vivi heute hier in ihrem Rolloutplan nämlich auch aktualisiert. Wenn wir hier runter scrollen, dann seht ihr das auf jeden Fall hier. 20. Januar Payout via Wire ist now re-enabled. Support is online and all transactions will be closely monitored. Das heißt, Vivi hat hier im Prinzip das Ganze wieder mit Wire aufgenommen. Das heißt, anscheinend ist hier alles in Ordnung mit Wire. Und der Vorgang wird erst mal auf jeden Fall weiter so vorgeführt, wie er vorher war. Das heißt, ihr habt jetzt tatsächlich aber auch für alle, die es falsch noch im Kopf haben, ein Auszahllimit von nur 500 Gems, nicht 1000 Gems. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle noch ganz kurz als Erwähnung dazu. Außerdem geht es bei CryptoPay an dieser Stelle auch ein Update, denn sie schreiben hier, CryptoPay will resume Beta-Testing with a public availability target of zero issues among 20k Beta-Users. Das heißt, sie arbeiten ganz im Prinzip darauf hin, die Beta-User langsam mit reinzuholen, um natürlich aber auch so wenig Fehler wie möglich zu haben, beziehungsweise die Fehler, wenn sie existieren, schnellstmöglich zu beseitigen und dann wirklich auch schnellstmöglich hier auf jeden Fall in den nächsten kommenden Wochen die 20k Beta-Tester zu erreichen, um das Ganze dann auch für alle freizuschalten. Und ansonsten gibt es auf jeden Fall eine Anfrage von mich an dich da draußen, denn es gibt nämlich den einen anderen, der festgestellt hat, dass seine Qualität, was die NFTs angeht, deutlich besser geworden ist. Ich konnte das für mich auf jeden Fall auch an einigen Stellen feststellen, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir mal in die Kommentare schreiben könntest, hast du eine Veränderung bei deinen Collectibles in Augmented Reality oder auch im normalen Showroom festgestellt? Was die Qualität angeht, schreib es mir sehr gerne in die Kommentare. Für alle Leute, die übrigens bei V-Mate noch aktiv sind, die haben bald die Möglichkeit, hier auf jeden Fall dann auch wirklich ihr OMI-Staking zu machen, um dann bestimmte Funktionen freizuschalten, die dann halt auch wirklich nur für Leute sind, die an dieser Stelle hier auf jeden Fall dann 200 Dollar in OMI-Stacken oder 100 Dollar in V-Mate. Also ja, das muss man natürlich selber wissen, ob man das Ganze machen möchte oder nicht. Ich persönlich werde es nicht tun. Ich persönlich benutze V-Mate auch nicht. Aber für die Leute, die es auf jeden Fall tun, hier auf jeden Fall diese Info für euch da draußen. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Genieß die Zeit und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.